Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und Multiplayer bei Grand Dads Gaming Corner. Und ja, ich habe gerade im Moment ein bisschen Probleme und ich werde mal schauen. Ich hatte jetzt mehrere Abstürze und die, die die Folgen wirklich einen so nacheinander schauen, werden vielleicht sehen, dass hier ein Stück fehlt. Wir sind schon am Vormittag und nicht morgens. Und wir sind hier bei der Mammutjagd, wobei wir im Moment gar keine Jäger hier unten haben. Das ist das Problem. Und ich beobachte jetzt gerade mal so ein bisschen den Arbeitsspeicher von meinem Rechner. Und der geht jetzt ziemlich dem Ende zu. Also ich denke, die Spielgröße hier von Sapiens hat jetzt, also die Größe des Spiels hier hat irgendwie jetzt eine Ding erreicht, die so nimmer im Arbeitsspeicher möglicherweise Platz hat. Ich weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt mal auf Spielen und wir schauen mal, ob er es denn macht, wenn er jetzt hier... Und da ist der erste Jäger, der jetzt loszieht, um dieses Mammut hier zu jagen. Da oben haben wir eine nächste Infektion. Jetzt ist die Frage... Ich habe von oben noch einige Jäger losgeschickt. Die Frage ist, ob die tatsächlich noch rechtzeitig ankommen, um hier mit einzugreifen. Und das Zweite ist, ob mein Arbeitsspeicher noch durchgeht, um die Folge noch fertig aufzunehmen. Wir werden sehen. Okay, also hier haben wir jetzt hier... Moving. Okay, da kommt also jetzt Nachschub. Und wir schauen mal. Es kann durchaus sein, dass das Mammut jetzt einfach auch abwandert. Da hinten sind auch... Auto Assigned to the Tree Falling Roll. Okay. Spear Hunting Roll. Und ich würde jetzt tatsächlich... Hups. Hier bei den Rolls mal abschalten, dass hier welche sich selber... Und wir den wieder mit rausnehmen. Weil ich, ehrlich gesagt, nicht so richtig... Das ist, glaube ich, er hier, der möglicherweise jetzt versucht zu lernen. Aber das geht, soweit ich das in Erfahrung bringe mit Mammuts, nicht wirklich gut. Nee, er hat tatsächlich... Er hat tatsächlich... Das ist noch unser Jäger hier. Ja, das ist noch unser Jäger. Das heißt, den sollte man nicht heimschicken, sondern sollte man hier nur zu den Speeren schicken. Und da kommen jetzt... Diverse Leute. Da kommt noch einer. Eine. Moving. Das heißt, da kommen noch Jäger jetzt. Jetzt ist nur die Frage... Wie schnell sind die da? Und können die dann ins Geschehen eingreifen? Hier mit diesem einen Mammut. Das andere... Ach, hier ist noch das eine. Das ich vergessen habe. Nee. Hier ist nichts mehr. Also das wandert jetzt in die Richtung aus. Da müssen wir mal schauen, ob uns das möglicherweise... Du solltest dich hier verdünnisieren. Wenn das Mammut irgendwie aggro wird. So, der eine Jäger hat es jetzt geschafft, schon dreimal das Mammut zu treffen. Es ist immer die Frage, wie... Wie viel Treffer jedes individuelle Mammut... Das ist nicht immer gleich. Hängt wohl auch ein bisschen vom Speer ab. Und natürlich vom Mammut. Wie viel Treffer es verkraften kann. Meiner Erfahrung nach... Minimum sechs. Also sechs ist glaube ich... Ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich das jemals gesehen habe. Oder sieben, ja. In der Regel acht. Und manchmal braucht es tatsächlich auch zehn. Das hängt möglicherweise auch von der... Von der Stärke des Jägers ab. Mit welcher Stärke... Dass vielleicht jemand, der strong ist... Slow learner, weak immunity... Der strong ist... Dass es dann mehr... Dass es dann tatsächlich mehr Schaden anrichtet. Wenn er das mit einer größeren Kraft... Den Speer schleudert. In Anführungszeichen. So, also das Mammut kommt nicht wirklich näher. Aber es hat jetzt mittlerweile vier Treffer. Und da ist schon ein Speer abgefallen. Den wir aber jetzt abschalten. Nicht, dass da irgendjemand... Sich bemüßigt fühlt, den zu holen. Das wäre blöd. Und jetzt müsste eigentlich ein zweiter Jäger schon eingetroffen sein. Ja, jetzt sind es zwei. Das heißt... Da hinten kommen nochmal zwei. Also dann haben wir jetzt hier drei oder vier Jäger. Und hier müssen wir auch den Speer abschalten. Die fallen... Die fallen nach einer gewissen Zeit... Fallen diese Speere ab. Von den Tieren. Sowohl vom Alpaka... Als auch vom... Von den Mammuts. Und die liegen dann da. So. Jetzt müssen wir erst mal die hier ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Und er holt sich jetzt tatsächlich den Speer. Okay. Zack. Und wenn man da nicht aufpasst, dann würde er da wieder hinlaufen. Jetzt kann er ja hinlaufen, weil das Mammut da zurückweicht. Und sich den Speer holen oder auch nicht. Je nachdem. Jetzt warten wir mal, was er selber macht. Da kommt nochmal der Jäger. Und er holt sich jetzt den Speer. Und wirft den auch. Und der andere wirft auch. Und damit haben sie es erledigt. Okay. Er legt das Mammut. Das ist ja... Gut. Und jetzt können wir hier sagen, okay, bitte das Mammut zerlegen. Und das andere, ja, das ist jetzt hier weit weggewandert. Ich denke, das macht jetzt keinen Sinn, das zu jagen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch... Fetching a stone knife for butchering. Okay, ja. Da ist schon jemand unterwegs, der das Mammut dann auch zerlegen kann. Super. So, und dann schauen wir mal. Wir haben hier ja diverse Speicher. Und da können wir jetzt erstmal sagen, accept. Und wir sagen hier Mammutfleisch. Und zwar nur das rohe vorerst. Und dann müssen wir hier tatsächlich... Ja, und oben sind jetzt die Virus. Hier ist doch ein Virus jetzt im Gange. Das heißt, wir müssen, wir müssen, wir müssen... Ist hier nochmal irgendwo was? Mammutmäßiges, meine ich? Nee. Okay. Ich dachte, ich habe da gerade noch was gehört. Aber es war was anderes. So, wir müssen hier unser Dach verlängern. Bild. Okay. Zack. Und dann können wir nämlich hier noch einen Speicherbereich hinbauen, wo wir sagen, zack, zack. Und dann sagen wir hier Mammut roh. Das ist jetzt hier wichtig, dass wir das trennen. Mammut roh. Und hier sagen wir Mammut gebraten. Weil wenn man das übersieht und das Fleisch gemischt wird in einem Speicher, einem Speicherbereich, dann verdirbt das Gebratene. Da kommen scheinbar irgendwelche Keime von dem rohen Fleisch zum gebratenen Fleisch. Und wenn die Sapiens das dann essen, dann werden die krank. Dann kriegen die also Bauchschmerzen, in Anführungszeichen. Und, tja, das ist dann nicht gut. Dann braucht man Medizin. Und die haben wir im Zweifelsfall nicht. Jedenfalls die spezifische haben wir dann noch nicht. Und deswegen, ja. So, und dann haben wir gesagt, wir graben hier weiter an. Das habe ich jetzt alles abgeschaltet, damit unser Mammut hier uns nicht, weil die genau hier lang gelaufen sind. Das heißt, wenn die Sapiens hier gearbeitet hätten oder versucht hätten zu arbeiten, dann wäre das nicht gut gegangen. Deswegen habe ich das hier jetzt alles abgeschaltet. Und jetzt können wir das wieder aktivieren, wenigstens ein Teil davon. Wenn es nicht alles, das schaffen die heute nicht mehr. Aber ein bisschen was schaffen sie noch, denke ich. So, und das die abgraben. Und dann haben wir hier sogar, naja, jetzt sieht man da oben sogar Alpakas, ne? Jetzt haben wir hier das da und wir haben hier Alpaka. Ja, da hört man auch das Brummen der Alpakas. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich wieder Saison. Also wo das Wild wieder durchzieht. Das ist ja okay. Und, naja, da ist das eine Mammut. Da muss man nur ein bisschen ein Auge drauf haben, ob das jetzt tatsächlich möglicherweise umdreht und wieder zurückkommt. Und wieder zurückkommt. Had a baby boy, had a baby girl. Okay, ist pregnant. Ja, da tut sich jetzt einiges. Hier müssen wir noch mal düngen. Oder? Ist das schon gedüngt? Ja, das ist schon gedüngt. Rich soil. Da wird noch der Rest vom Wald abgeerntet. Und hier haben wir nach wie vor keine Früchte. Died. Okay. Jetzt müssen wir schauen. So, ups, ich weiß nicht, aber irgendwie ist was in der Luft. Vielleicht bin ich auch ein bisschen allergisch. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier keine Virusmedizin mehr. Und das ist gefährlich. Das ist absolut gefährlich. Das heißt, wir müssen hier schleunigst für Virusmedizin sorgen. Das heißt, wir nehmen hier mal 20 Knoblauch, 20 Echinacea. 18 ist okay. Und dann tun wir noch zwei dazu. Eins und zwei. Und elderberries haben wir noch, denke ich, immer im Schlitten, noch immer im Schlitten. Da müssen wir jetzt mal schauen. Na ja, die halten sich sogar noch ein bisschen. Da können wir aber welche ernten wieder, wenn wir noch welche hätten hier in den Sträuchern. Aber irgendwo müssen noch welche sein. Ich habe nicht alle abgeerntet. Da ist noch was. Da ist auch noch. Da ist noch. Ja. Ja, zu viel haben wir nicht mehr hier. Aber wir haben noch die andere. Wir haben noch die anderen Sträucher drüben. Also da haben wir kein Problem. Hier ist noch jede Menge elderberries. So. Und da holen wir uns jetzt auch gleich ein ganzes Stück. So. Okay. Und damit die Leute bei Laune bleiben, macht man auch ein bisschen Musik. So. Hier haben wir jede Menge Messer. Das ist super. Wir haben noch Knochen. Wir haben Flex. Wir haben jede Menge Amphoren. Okay. Ja, da hört man schon Husten. Da hört man schon den Husten. Ein klares Zeichen, dass wir hier ein Problem haben. Ist noch lange infectious. Okay. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel wir eigentlich sind. Hey, über 200. Das ging jetzt schnell. Über 200. Wir haben jetzt die 200 geknackt und haben das noch gar nicht mal mitgekriegt. Mit der ganzen Jagd. 200. Ähm, ja. Okay. Ja, das müsste man eigentlich feiern, ne? 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. Dann schauen wir hier mal, da unten. Das ist nah oder alt. Okay. Ja, super. Die ruhen sich aus. Und hier ist das Mammut. Aber warum wirst du noch nicht zerlegt? Da geht mitten, da geht mitten ein Ding durch. Ähm, zwei Alpaka. Die sammeln wir auch ein. Und dann sammeln wir hier noch das, den Knochendings ein. Und warum? Asign a different. Warum, warum bist du nicht, wo bist du? Das vermisse ich ein bisserl, dass wir hier, ich dachte da war jemand, der gesagt hat, okay, ich zerleg das jetzt. Aber wo ist sie? In Anführungszeichen. Ähm, kannst du butchering? Nee. Irgendwer, du. Du bist es. Ah, du hast Hunger. Okay. Ähm. Aber du kannst essen, oder? Okay, sie holt sich jetzt ein Messer. Ja. Butchering. Okay. Und warum hast du Hunger? Haben wir nicht mehr genügend zu essen? Da müssen wir jetzt gleich schauen. Ja, tatsächlich, wir haben nicht mehr genügend zu essen. Das ist natürlich kritisch. Das heißt, wir sollten hier Bananen ernten, auf jeden Fall. Und wir sollten das auch priorisieren. Und wir sollten hier, ähm, Rasperies ernten. Und wir sollten noch mal ein paar Gooseberries ernten. Und wir sollten noch mal ein paar Gooseberries ernten. Und da dachte ich, wie habe ich denn die gesehen? Irgendwann habe ich einen Kokosnuss gesehen. Ähm. Dass wir hier Kokosnüsse ernten können. Und, wo war, oder habe ich mich da wirklich getäuscht? So, da kommt jetzt unsere Metzgerin, die jetzt das Mammut zerlegt. Das ist sehr gut. Ähm. Ne, ich habe mich getäuscht. Hier ist kein Kokos. Ah, doch. Hier. Hier sind Kokosnüsse. Und die können wir auch ernten. Sehen. Und das machen wir jetzt mal kurz. Und dann pflanzen wir da gleich wieder welche. Wo pflanzen wir die denn? Hier haben wir noch ein bisschen Platz beim Wald. Ähm. Kokos. Coconut Tree. Okay. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ich denke, das reicht im Moment. Und dann können wir das immer noch verdoppeln. Das können wir immer noch verdoppeln. So. Mammut. Ist schon zerlegt, oder wie? Ich sehe es nicht mehr. Schu-Bi-Doo. Schaut so aus. Dass das Mammut schon zerlegt ist. Okay. Das heißt, wir machen hier ein Transfer. Send Items. Und schick es mal bitte hier rüber. Und zwar zum Rohen. Ja. Ja, da habe ich das rohe. Passt. So, damit das hier hinkommt. Und jetzt brauchen wir hier tatsächlich ein Lagerfeuer. Jetzt brauchen wir hier tatsächlich ein Lagerfeuer. Ähm. Damit wir das Mammutfleisch auch braten können. Und das machen wir hier am besten. Zack. Ja. Hier wird schon geerntet. Sehr gut. Und es wird auch gegessen. Oder? Wieso lauft ihr alle hier hin? Mhm. Seltsam. Weil es dunkel wird. Okay. Da oben ist jetzt Viruszeit. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier ähm checken, ob die Virusmedizin hier wirklich warum, 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 warum ist die noch nicht geerntet hier? Weil Ja, weil wir die nicht priorisiert haben. Das ist natürlich blöd. Priorisieren. Die Elderberries haben wir eh. Haben wir noch so viele andere Sachen? Ja, wir haben hier die Bambus. Natürlich. Okay. Ja, das war jetzt blöd. Da haben wir jetzt Zeit verloren. Weil ich nicht darauf geachtet habe, dass ich die die Erde gleich priorisiert habe. Ich glaube hier, das da wird eh priorisiert. Aber ich mache es sicherheitshalber nochmal. Okay. Und hier auch. Und hier auch. So. Okay. Damit hier Virusmedizin produziert wird. Möglichst schnell. Weil wir sehen hier an den ganzen Kreuzen. Wenn wir hier mal schauen. Infiziert, aber eben nicht behandelt. Das ist natürlich nicht gut. Und das ist nicht gut. Das hätten wir gleich von Anfang an sofort unterbinden sollen. Da haben wir jetzt Zeit verloren. Das war ein bisschen blöd. So. Hier haben wir noch die letzten Bäume, die gefällt werden müssen. Und neu gepflanzt werden müssen. Okay. Aber das ist schon super. Und wenn wir hier jetzt mal schauen. Dann sehen wir. Okay. Hier ist enorm viel. Da ist jetzt der ganze das ist alles Holz. Und wir schauen mal. Wir sollten nur Pine Locks haben. Ja, haben wir. Haben wir nur Pine Locks. Also da ist das ganze Lager ist voll. Und da haben wir mittlerweile auch Bretter ohne Ende. Da müssen wir hier nur schauen. Das wird gerade voll. Und hier haben wir auch noch zwei Speicher, die wir mit Brettern füllen können. Mit Split Locks. Ja. Split Locks. Okay. Oh. Ja. Ja, was ist da unten? Warum bist du rot? Du hast Hunger, du bist nass, du hast nicht geschlafen, es ist dunkel. Ja, das heißt, wir müssen jetzt da wirklich schauen, dass wir die Leute heim schicken. Zack, select und geht mal hier bitte heim. euch beide haben wir nicht erwischt. Ich hasse das. Dass ich vergesse, das immer ab dem Move-Befehl immer abzuschalten. Das ist wirklich, das ist wirklich. ihr beide, ihr läuft auch, ihr lauft auch hier. So, dann haben wir euch hier. ich denke, ihr seid alle unterwegs, aber ich schicke euch trotzdem nochmal hier hin. Und da haben wir eh den und dann sind alle unterwegs. Okay. Das ganze Mammutfleisch, naja, da ist noch eins, ist noch da. Aber das ist okay. Das hält bis morgen. So, der Rest, denke ich, wird ein Bett finden, wenn er müde ist. Wir schauen mal, ob hier das Mammutfleisch angekommen ist. Ja, ist. Eins muss noch unterwegs sein. Und dann sollten wir hier Mammutfleisch zwölf Stück braten. Dann haben wir hier auch ein bisschen Abwechslung in einem Speisezettel. Ja, da holt er schon das Erste. Hier haben wir die Rasperries. Hier haben wir die Gooseberries. Und irgendwo sollten noch die Bananen sein. Flowers. Ah, die Bananen sind schon entweder noch nicht geerntet oder schon. die sind schon aufgegessen. Die sind schon geerntet, aber schon aufgegessen. Haha, interessant. Tja, also das da sollten wir noch lagern, priorisieren. Okay, die sind jetzt alle am Schlafen hier. Die gehen, die letzten gehen hier noch ins Bett. Naja, wir haben jetzt hier tatsächlich nicht mehr allzu viele Betten übrig. Wenn wir mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das war's. Fünf Betten. Das heißt, wenn nicht ein paar bei den Kollegen hier schlafen würden, dann wären wir voll. Okay, wir machen mal Pause und checken hier mal. Aber da sind auch alle im Bett. da sind auch alle schlafen. Okay, jo, puh, Wama ist pregnant. Ja, gut, wir schauen jetzt noch mal kurz die Statistik an und wir sind mittlerweile bei 208. Also, wir haben so ganz stillschweigend die 200er-Marker geknackt und wenn wir jetzt sehen, wir haben 67 Kinder, zwei Schwangere und zwölf Babys. Das heißt, wir haben 69, 79, 81 zu 24. Wir haben einen deutlichen Überhang an Kindern und also an Nachwuchs und das ist super. Das heißt, es wird so bleiben erst mal. Naja, schauen, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir checken noch mal unsere Bäume, aber da ist nach wie vor nichts. Ja, sieht gut aus und wir müssen hier auch mal checken, wie wir eigentlich, na gut, wir haben hier jede Menge Betten. Da sind noch Betten. Da sind noch so viele Betten frei. Okay, also da müssen wir nichts checken, aber unten müssen wir jetzt aufpassen und ich denke, wir haben unten auch am See mittlerweile genügend Holz, dass wir also auch die ersten Häuser tatsächlich bauen können, so ein Haus mit entsprechend Schlafplätzen. Ja, und dann dürfen wir nicht ganz aus den Augen verlieren, unser Ding hier. Das ist ja schon praktisch fertig. das ist ja schon praktisch fertig. Wir müssen noch die Pfosten reinstellen, damit das ordentlich aussieht. Die sind richtig positioniert. Hier auch, hier auch, hier auch. Das heißt, wir können das Raster klar machen. Dann brauchen wir hier noch ein Dach drauf. Die Treppe haben wir hoch, das passt. Dann brauchen wir hier noch mal Pfosten und ein Dach drauf und dann haben wir das auch. Hier werden jetzt die ersten geheilt. Super. Ja, also, passt. Passt, wir sind also im Spiel, würde ich sagen. Und dann können wir unten langsam, aber stetig unseren Kanal fertig bauen und da bin ich schon wirklich begierig drauf, zu sehen, wie das Ganze dann läuft. Das werden wir sehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr selber zockt, egal was, Sapiens oder sonstiges, lasst gerne einen Kommentar da, was ihr so zockt. Wenn ihr Anregungen oder sonstige Bemerkungen habt, gerne auch das. Interessiert mich immer, was so andere so machen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.